Jetzt haben wir einen geruhsamen Nachmittag eingelegt, eine große Pause, weil der Herr Steppelag wieder schlafen gewollt hat. Wenn Sie das jetzt so tunierst und zusammenrechnenst, das gibt es ja wenig, 1 Euro. Umrechnen darfst du nicht mehr mehr umrechnen. Ja, und Sie reden schon wieder immer gut. Übrigens, es ist heute der 1. April. Wir haben noch niemanden im April geschickt als die Inge. Die Inge ist super. Müssen wir den Schuh? Na sicher, warte, warte, hol mir das noch klar. Ede, jetzt das Blick kommt von mir gleich durch, schau. Ede, Ede, Ede. Ede, Ede, Ede. Ede, Ede. Das ist für mich. Ede, Ede, Ede. Ede, Ede, Ede. Das ist für mich, ja. Ja, komm, das ist auch noch einer da, Gustav. Hi. Nein! Ich habe einen Gruß noch ins Spiel genommen. Nein, Gott sei Dank. Ich finde, der spielt gut. Ja, ist eh gut, sehr gut, ja. Flamenco. Bin ich der Fünfer? Ja, du bist der Fünfer. Bin ich der Fünfer? Bim, bim, macht es gerade. Das ist Zwölfel? Weiß ich nicht. Der Boomerin hat Dekane. Da kommt nichts. Der Spruch des Tages. Auf die Schneeleine, die Portäten. Bravo! Wie war das vorher, Eddie? Eine gehört ans eine. Richtig, bravo. Ein Bier. Ein Biermann. Prost. Der Frau hat ein Bier. Was soll ich sonst noch machen? Das Bier. Das Bier. NZ Bier. Grüß dich an. Was sagen Sie nicht dazu? Ein kurzer Messer. Dann geht es uns besser. Richtig. Sehr gut. Aza. Nein. Aza. Aza war das vorher. Alkohol. Sex. Und? A. Alkohol. Sechs. Alles vergessen. Und? Und? Was war's? Aza. Aza. Nein. Ja. Und ein, zwei, drei, vier. Was haben wir da wirklich gesagt? Aza. 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 Happy birthday liebe Manuela Happy birthday to you Wir singen der Manuela endlich! Bravo bravo! M olvidcake. Du liebe Manuela, visOME S talest, liebe Patricia-Twist. Und3 Wiras. Ist er wirklich nicht. Nein. Vange! Bravo! Das hätte gewbahnt, Olivier. Was? Was ist das? Nein, danke. Was ist das? Das ist eine Kerze. Ach so. Das ist eine Stauferfette. Aber ich habe das... Entschuldige. Oh, süß. Die Flemmen. Grazie. Sie ist wehr. Sie ist ein Schluck. Sie ist ein Schluck. Herr Schwerer. Herr Stamm, ist sie? Der legt ja schon viel! Was haben wir noch gehört? Bravo! Christian! Servus! Servus! Wir fahren nach Lodz! 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 Sch exponieren nach Lodz! Porfer! Ich bin glaub, dass wir hier auch gekommen sind, die capaz haltet nach Lodz! P тестp ist novelasen schwangerter haben wir die Lodz. Wir brauchen für uns. Wir nehmen den 4. unpacken! Und oben ist ein Laufhaus. Das sagt dann, was ich mir gesagt habe. Der rot ist. Hier ist ein Laufhaus. Das ist ein Laufhaus. Das Parlament ist das. Congreso de los Diputados. Quasi eine Quatschbude. Eine Quatschbude. Holt ein Wogel gewesen. Ich wohne um Saum. Ich sitze jetzt lieber da unten schon wieder. Pröxima Parada nr 1. Próxima避annelve Pro�. Messe Nummer 1. Führung mit Berger, Boner. Pr 완벽t FREE! Fakär right! Prado Prado. Prado Prado! Obwohl das Haftokoffel gemacht ist. Das war in Spanien. Die Hände von Madrid. Das waren die Kommunisten, wenn das die Republikaner übergekommen ist. Halt! Valencia! Ich sag das gleich, sind Mitglieder doch. Vor allem die Gran Villa sind wir gleich vorne. In der Skatei. Das war's, wenn sie nicht mehr. Das bin ich zum Beispiel. Die Estand in der Schule sind. Werbung in der Schule ist, Witz der Umgelektung zu haben. Das war's für heute. Ja, ja. Ich glaube, es streit sich da aus. Ja, ja. Hallo, Servus! Hallo! Hallo! Was sind denn das für welche da oben? Du, wie wir es am Schiff gemacht haben. Wie ich? Genau. Was überbleibt, was wir jetzt heute sagen? Ja. Ah, ja. Ich war die LFT-Geschleihlassen immer. Christian hat meine Sachen immer zusammengessen. Der Putz weg, habe ich gesagt. Am Schiff. Der Putz weg. Ja. Ich zum Christian gesagt immer. Ich habe alles zusammengessen immer. Der Putz weg. Ja, am Schiff. Das war bei uns am Tisch auch so. Du? Du? Du warst! Du sieh'háin Wellen! Bist du da? Ja, aber du sieh'háin. Ja, aber du sieh'háin. Ja, aber du sieh' die Brombein. Sacому? Ja, aber du sieh' da, wirst du da? Ja, aber du sieh' da. Ja, aber du sieh' da. Ja, aber du sieh' da. In der Touristenkarte oder sonst irgendwas, steht da der alte Mauer, dreht sich um und sagt, der Blumen ab, zum Problem. Das ist größer Pristenkarte. Und er war in Wiener. Und sagt er, du willst nicht mehr. Wir wollen das nicht mehr. Wir sind jetzt ein Deber, zwei Euro, zwei Euro. Du willst euch den ganzen Schatz. Zahlt zwei Euro. Der Linke muss hier Platz sein. Der Linke muss hier Platz sein. Der Linke muss hier rechts sein. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020